Das althochdeutsche Wort Fasten bedeutet Festhalten. Erkennbar ist diese Herkunft noch im Englischen Fasten, beispielsweise Fasten your Seed Belts. Diese Erklärung, letztes Jahr in einer Fastenpredigt gehört, hat mich angeregt, die Fastenzeit in einer neuen Perspektive zu sehen und nicht in erster Linie zu überlegen, auf was ich verzichten möchte, sondern mir Gedanken zu machen, was mir Halt geben kann. An was halte ich mich fest? Was gibt meinem Leben Halt und Sinn? Und ich bin neugierig, was andere Menschen mit diesem Ansatz verbinden. Am 6. März beginnt die Fastenzeit 2019 und dauert wie immer 40 Tage. Es könnte doch inspirierend sein, in dieser Zeit 40 sprachliche Statements oder Gedanken von 40 verschiedenen Personen zu hören. 40 mal Fasten im Sinne von Fasten 40 Times. Fasten 40 Times